Musik Gleich mehrere Gründe zu feiern hatte man in St. Margareten an der Raab. Die Marktgemeinde und die Pfarre bluten zum großen Jubiläums- und Pfarrfest. Im Ortszentrum standen deshalb zwei Tage lang Feierlichkeiten auf dem Programm. Musik Für uns ist es einfach voll aufgegangen. Es war schon gestern so. Wir haben gestern ein Konzert für den Edelzeeren da gehabt mit mehr als tausend Leuten. Heute ist es halt auch gerammelt voll und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die Generation sind, die dieses Fest feiern kann. Und wie man sieht, da tut die Bevölkerung absolut mit. Also wir sind sehr stolz drauf. Im Jahr 1268, vor genau 750 Jahren, wurde St. Margareten erstmals urkundlich erwähnt. Dieses Jubiläum sowie der 50. Jahrestag der Gemeindiffusion im Jahr 1968 standen im Mittelpunkt des Festes. Der Startschuss fiel am Samstag mit den Edelzeeren. Das Konzert der Stimmungskanonen brachte das Festzelt zum Beben und sorgte für einen schwungvollen Partyabend. Das einzige Hindernis war der nächste Tag, also der heutige Tag. Aber wir haben es geschafft und es war gut gelungen und wir waren glücklich zufrieden. Um 5 in der Früh waren die ersten Leute schon da beim Zusammenräumen. Also hat alles funktioniert. Einfach ein tolles Fest, ein tolles Miteinander. Am Sonntag startete das große Pfarrfest mit einem feierlichen Einzug und anschließendem Gottesdienst. Danach wurde den Gästen die Ortsgeschichte und die neue, überarbeitete Chronik der Marktgemeinde präsentiert. 750 Jahre, St. Margareten an der Raab. Wir haben eigentlich einen großen Stab an ehrenamtlichen Männern und Frauen und auch, wie man heute gesehen hat, an der Zahl der Ministranten, an jungen Menschen, die da bereit sind. Und da sind wir sehr dankbar und das gilt es eben zu fördern, dieses Gemeinschaftsgefühl und das, dass man zusammenkehrt. Und dass es nur geht, wenn ich was reingebe, kann ich auch was rausnehmen. Man kann ja nicht von jedem verlangen, dass er bei der Feuerwehr ist, bei der Musikerböne. Es gehört ja auch ein bisschen Leidenschaft dazu an der Begeisterung. Aber das Wichtigste ist trotzdem, dass man sich in der Gemeinde einbringt und dass man weiß, eine Heimat und eine funktionierende Heimat ist nur dann gegeben, wenn man auch das spürt, von innen heraus spürt, dass man wahrgenommen wird, dass man sich einbringen kann, dass man ernst genommen wird. Und dass letztlich auch das Gemeindeleben nur dann funktioniert, versteht auch jeder. Die Erstausgaben der neuen Chronik überreichte Bürgermeister Miesl an seine beiden Vorgänger. Ich glaube, es war ganz wichtig, dass wir unsere eigene Geschichte, unsere Ortsgeschichte aufgearbeitet haben und auf 672 Seiten, es ist wirklich spannend. Den Abschluss des Festes bildete ein Frühschoppen, begleitet vom Musikverein St. Margareten an der Raab. Daseausgabe. 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 Vielen Dank.